In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, was der Satz von de Moivre-Laplace aussagt, beziehungsweise wie uns dieser Satz hilft, eine Binomialverteilung durch eine Normalverteilung anzunähern. Als erstes wollen wir uns natürlich anschauen, was genau dieser Satz von Moivre-Laplace aussagt. Wir haben hier rechts das Histogramm einer Binomialverteilung abgebildet. Und die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist natürlich der Erwartungswert, hier mit µ dargestellt. Dieser Histogramm können wir natürlich gedanklich annähern durch eine gausche Glockenkurve. Also schlussfolgend können wir sagen, der Umriss oder der Kontur des Histogramms einer Binomialverteilung mit großen N lässt sich gut durch die gausche Glockenkurve eine Normalverteilung mit dem Parameter µ und σ annähern. Wobei µ natürlich der Erwartungswert ist und σ die Standardabweichung. Was mit diesem Ausdruck hier in Klammern mit großen N gemeint ist, werden wir natürlich auch gleich klären. Und für diese Beobachtung, die wir gerade gemacht haben, liefert uns dieser Satz von de Moivre und Laplace einen rechnerischen Ansatz. Damit ist es gemeint, eine Formel, mit der man die Wahrscheinlichkeit normal verteilt ausrechnen kann. Also, ein bisschen genauer formuliert sagt dieser Satz von de Moivre und Laplace, dass für eine Binomialverteilte Zufassbarriere x mit dem Parameter n und p sowie reelle Zahlen a und b folgende Formel gibt. Also, wir suchen die Wahrscheinlichkeit im Bereich a bis b, rechts am Schaubild würde das Ganze so aussehen, dieser Bereich. Und das können wir bestimmen mit folgendem Integral. Integral von a-0,5 bis b-0,5 von der gauschen Glockenfunktion. Jetzt erkennt ihr hier schon die Besonderheit. Die Grenzen des Integrals sind nicht dieses a und b, sondern a-0,5 und a-0,5. Diese Kleinigkeit nennt man Stetigkeitskorrektur und wozu sie gut ist, werden wir gleich anhand von Beispielaufgaben sehen. Und, wie wahrscheinlich bereits bekannt, hängt die Normalverteilung von zwei Parameter ab, Mu und Sigma. Zur Erinnerung, Mu war der Erwartungswert und die passende Formel dafür lautete n mal p. Und Sigma war die Standardabweichung und die Formel lautete Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Außerdem haben wir noch eine Kleinigkeit zu klären und zwar oben in der ersten Zeile steht, dass diese Näherung nur für große n-Werte gilt. Das ist die sogenannte Laplace-Bedienung und es wurde festgestellt, dass die Näherung nur dann hinreichend ist, wenn Sigma größer 3 ist. Nach dem trockenen Theorie-Teil, der leider bitter notwendig war, wie ihr gleich sehen werdet, gehen wir jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Also, die Zufallsgröße oder Zufallsvariable x ist binomial verteilt mit n gleich 40 und p gleich 0,6. Berechne die Wahrscheinlichkeit im Bereich 19 bis 29 exakt mit Hilfe des Satzes von de Moivre Laplace ohne Stetigkeitskorrektur und mit Stetigkeitskorrektur. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, bitte auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Die Schlussfolgerung aus dieser Aufgabenstellung ist, dass wir die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich auf drei verschiedene Weisen ausrechnen müssen. In erster Reihe steht da, berechnen Sie exakt. Unter einer exakte Berechnung versteht man die Berechnung mit Hilfe der Binomialverteilung. Also, schreibe ich jetzt unseren Ansatz hier hin und wir lösen es mit der Binomialverteilung. Entsprechend haben wir dann p von 19 kleiner gleich x kleiner gleich 29 und zur Erinnerung, man muss diesen Ansatz umformen, so dass es der wissenschaftliche Taschenrechner verstehen kann und auswerten kann. Die Umformung lautet dann p von x kleiner gleich 29 minus p von x kleiner gleich 18. So, das sind zwei Ansätze, die mit dem Taschenrechner lösbar sind. Zur Erinnerung, die Befehle im Taschenrechner, also bei den meisten wissenschaftlichen Taschenrechnen, lauten wie folgt. Binomial-CDF, das wäre typisch für die Texas Instruments Taschenrechner und kumulierte Binomialverteilung wäre das bei den neueren Casio Taschenrechner. Wenn ihr das Ganze dann in den Taschenrechner eintippt und ausrechnet, dann werdet ihr an dieser Stelle ungefähr 0,9256 rausbekommen, auf viel Stern nach der Komma gerundet. Bevor wir gleich zu der Berechnung mit dem Satz von Moivre Laplace gehen, will ich euch kurz rechts nochmal eine Übersicht über die Taschenrechnerbefehle geben, in Bezug auf die Normalverteilung. Also, bei dem Texas Taschenrechner heißt das Befehl Normal-CDF und bei dem Casio Taschenrechner kumulierte Normalverteilung. Außerdem werden wir natürlich noch diese Formel hier brauchen und die Formel für den Erwartungswert und die Standardabweichung. Und, ich hoffe es ist nachvollziehbar, bevor wir überhaupt an eine Normalverteilung denken können, brauchen wir zuerst Mu und Sigma. Also, wie rechts unten abgebildet. Erwartungswert ist natürlich n mal p, das bedeutet in diesem Fall n ist 40 mal 0,6, also kommt 24 raus. Und Sigma, die Standardabweichung ist dann Wurzel aus n mal p, also 40 mal 0,6 mal 1 minus 0,6. Das wäre dann 0,4, aber wir tippen alles in den Taschenrechner und dann kommt 3,10 ungefähr raus. Also, sogar die Laplace-Bedingung ist hier erfüllt. Sigma ist größer als 3. Als nächstes will die Aufgabenstellung von uns, dass wir das Ganze als normal verteilt ohne Stetigkeitskorrektur berechnen. Das bedeutet, ansatzweise können wir das so schreiben, p von 19 kleiner gleich x kleiner gleich 29 ist gleich Integral. Und jetzt werden wir natürlich diese plus 0,5 und minus 0,5 weglassen und a und b als Grenzen benutzen. Also haben wir einfach nur Integral von 19 bis 29 von unserer Funktion phi mit dem Parameter n und Sigma. Also man schreibt es normalerweise so hin, also man schreibt es normalerweise so hin, 24,3,1 von x dx. Und dafür benutzen wir diesen Befehl, beziehungsweise diesen Befehl hier im Taschenrechner. Und wenn ihr das Ganze eintippt, dann kriegt ihr wieder auf 4 Stellen nach der Komma gerundet 0,8932. Also wenn wir diesen Wert mit der exakten Berechnung vergleichen, dann erkennen wir eine ziemlich starke Abweichung von dieser 0,9256. Und deshalb rechnen wir jetzt das Ganze nochmal mit Stetigkeitskorrektur. Das bedeutet, wir haben dann an dieser Stelle p von 19 kleiner gleich x kleiner gleich 29 ist gleich Integral von 18,5, also 0,5 abziehen und hier 0,5 dazu addieren bis 29,5 phi von 24 und 3,1 von x dx. Natürlich benutzen wir in den Taschenrechnungen den gleichen Befehl wie vorher, diese Normal-CDF oder kumulierte Normalverteilung. Und in diesem Fall kommt dann raus 0,9239. So, und wenn ihr diesen Wert jetzt hier mit der exakten Berechnung vergleicht, dann seht ihr, ihr seid ziemlich nah dran an dem tatsächlichen Ergebnis im Vergleich zu diesem Wert, was keine Stetigkeitskorrektur hatte. Bei dieser zweiten und sehr kurzen Beispielaufgabe will ich euch noch ein paar wichtige Hinweise geben für den Umgang mit diesem Satz von Moaven und Laplace. Die Zufallsgröße x ist mal wieder binomial verteilt mit n gleich 100 und p gleich 0,2. Berechne folgende Wahrscheinlichkeiten näherungsweise mit Hilfe des Satzes von dem Moaven bzw. Laplace. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn eine Aufgabenstellung nichts über die Stetigkeitskorrektur steht, müsste sie trotzdem automatisch anwenden. Also diesen Satz von Moaven und Laplace beinhaltet automatisch die Stetigkeitskorrektur. Außerdem haben wir hier rechts an der Seite nochmal eine Übersicht über die Befehle in dem wissenschaftlichen Taschenrechner. Und bevor wir wieder überhaupt an Normalverteilung denken können, brauchen wir diese zwei Parameter, Mu, also Erwartungswert, Sigma Standardabweichung, die habe ich jetzt rechts an der Seite ausgerechnet. Für Mu haben wir Wert 20 und die Standardabweichung ist 4. Und wir schauen wieder links und wollen natürlich die erste Teilaufgabe lösen. Da ist die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass die Zufallsgröße x höchstens den Wert 15 annimmt. Wenn wir das Ganze jetzt als Integral übersetzen, dann sieht es so aus. Und zwar Integral von minus unendlich bis 15,5. Also die untere Grenze ist offen, deshalb minus unendlich. Dafür tippt man beispielsweise den Taschenrechner minus 1000 ein. Und auf die obere Grenze haben wir bereits diese Stetigkeitskorrektur angewandt. Und zwar nach oben, plus 0,5, deshalb steht da 15,5. Dann habe ich natürlich das Ganze schon ausgerechnet, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Das Ergebnis lautet dann 0,1303. Bei der zweiten Beispielaufgabe hat sich eigentlich nur eine Kleinigkeit geändert. Statt x höchstens 15 haben wir jetzt hier x kleiner 15. Trotzdem bringt das für die Stetigkeitskorrektur eine Veränderung mit sich. Und zwar jetzt sieht das Ganze so aus. Untere Grenze bleibt ja unverändert minus unendlich. Die obere Grenze wird aber nicht nach oben korrigiert, sondern nach unten. Das bedeutet, wir haben statt 15,5 14,5. Und ihr seht auch, das Ergebnis sieht deutlich anders aus. Säulich passiert es auch bei den Teilaufgaben C und D. Also bei C haben wir x soll mindestens 10 sein. Das bedeutet, wir haben als untere Grenze 9,5 und als obere Grenze unendlich. Wieder ein Hinweis an dieser Stelle. Für unendlich setzt man natürlich 1000 in den Taschenrechner ein. Und das Ergebnis lautet dann 0,9957. Und bei der D steht da x mehr oder größer als 10. Dann haben wir eine Stetigkeitskorrektur in die andere Richtung. Also die untere Grenze ist diesmal 10,5. So ähnlich auch bei den letzten zwei Teilaufgaben. Also die E ist eigentlich Standard. Das bedeutet, weil auf der linken und auch der rechten Seite steht x mindestens 9 und höchstens 19. Deshalb haben wir als untere Grenzen 8,5 und 19,5. Hier kommt dann 0,4482 raus. Und bei der Teilaufgabe F, da haben wir x größer als 9 und gleichzeitig höchstens 19. Das bedeutet, bei der unteren Grenze ändert sich auch eine Kleinigkeit. Die ist dann 9,5. Und ihr seht, auch das Ergebnis wird sich natürlich geringfügig verändern. Das waren jetzt noch ein paar kleine Besonderheiten, auf die man auf unbedingt bei diesem Satz von Moabren und Laplace achten sollte. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Im Zusammenhang mit diesem Thema gibt es natürlich noch andere Themen, die Sinn machen. Wie zum Beispiel die Interpretation und Eigenschaften der Gauschen-Glocken-Kurve. Natürlich auch die allgemeine Normalverteilung mit dem wissenschaftlichen Taschenrechner. Außerdem sind auch noch die Umkehaufgaben zur Normalverteilung wichtig, sowie die Aufgaben zur stetigen Verteilung, bzw. Eigenschaften der Dichte-Funktion. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.